du schweißt da jetzt ehrlich ernsthaft rein während ich hier sauber mache nicht dein ernst oder so wischt ihr euren arsch aber jetzt schon geht es hast du das vergessen schon mal da noch mal weg nicht auf essen und die nächsten faktor rein warum macht ihr das immer wenn ich sauber mache ernst macht ihr mit absicht ja super schön habt ihr das gemacht toll toll und alles daneben hauen genau schön die scheiße rumschmeißen das bringt nichts wenn du den boden da abwischt schon mal alles raus gehauen was soll denn das ihr weg da jetzt zwischen den arsch am boden ab schon mal so der bremsspur legt oder was wird es was soll das jetzt warum wischt ihr den arsch auf dem teppich ab bist du mich verarschen toll ich schaue dir jetzt nicht nach was du da gemacht hast und die nächste schon mal eine bremsspur hast du da jetzt gelegt loki eine bremsspur vom feinsten was wird das jetzt also das eklig weg ja 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 ja